Wie gesagt, ich habe eigentlich ein bisschen nach anderen Sachen zu machen, aber ja, dann denken ich so, das könnt ihr machen, machen einfach. Ja, und dann könnt ihr euch wieder durchlaufen stehen und dann müsst ihr einfach in eine kleine Anlage, wo ihr Sachen brennen könnt und ja, auf das, das, was willst du machen, was willst du machen? Was willst du machen? Gut, und dann wollen wir dann, haben wir, das geht mal raus. Ich habe dann ungefähr die Pickaxe zu losgehen, weil kein gewandenaust. Gut, und dann machen wir dann noch ein paar Mikros. Gut. Ähm, ne, die kann man eigentlich endlich losgehen. Schließt rein muss man waschen wollen. Durch die Dote dann ersetzen. Ja. Ab. Ab, ab, ab. Wollen wir hier also mal waschen. Ja, ähm, für die Leute, die nicht wissen, ich will, ähm, heute ab, ab, die letzten Tage von der fucking Europaweltmeisterschaft, wo mich kein Meter interessiert. Ich hoffe tatsächlich, ähm, das ist tatsächlich ehrlich gemeint, ähm, dass Portugal verliert. Ganz einfach, weil, äh, das ist die Portriff von Portugal, wo dann, ähm, an der Strasse rundherum, äh, alles Fute machen, äh, Radau machen und hier und so, äh, weil sie gewonnen in den Hohen, verstehe ich nicht. Die letzte Boye mischt das nicht. Sonst ganz einfach, wenn die letzte Boye nicht gewinnt. Pass auf, pass auf, was du so tust. Das letzte Boye mischt das auch. Oh, wo dann, wo dann. Ähm, wenn Deutschland gewinnt. Ah ja, du warst, ich weiß. Ähm, hab ich eigentlich noch zu groß hier herangebaut. Anscheinend. Ja, du mischt die letzte Boye auch. Tatsächlich. Anscheinend. Ja, dummer, er da weiß, du nicht nimmend, ähm, Unschel, waf, nicht nimmend, Unschel, waf, sie sind nicht Unschelisch. Sie sind nicht alle gut so. Und ja, ich ehrlich, aber ein Teil von den Portugiesischen Supportern mischt das. Und dadurch geht die ganz Portugiesische Nationalität eben an den Dreck gezogen. Und ja, das heißt, wann, äh, die Leute sich, äh, äh, ich meine, die gut Portugiesische Magdebücher sich will beschweren, müssten sie sich eigentlich nicht bei den Leuten, bei den Deutschen oder bei den anderen beschweren. Sie müssen sich tatsächlich bei ihren Supportern, bei ihren eigenen Leuten beschweren, weil sie so dumm sind. Da wird's auch auch an der Reihe. Und ja, da wollen sie ja nicht. Und ja, deswegen gibt's alle Portugiesische Supporter an den Dippen geholt, und ja, und der das dann dann fackt. Und deswegen, wenn's ehrlich, schon lieber Portugal verliert, dann, ähm, ja, es nicht vielleicht nicht gerade so chaotisch, und da gibt's auch gut. Na, komm, 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 komm komm. Komm, komm komm komm, komm komm komm, komm komm komm. Da heim Applicante holl. Du weinst da, dass, mein Wunsch, dass Portugal Danke verleiert, dass ich an alle Rote liege. Ja, ich weiss für Wettbewerbe nicht sonderes. Ich kann auch geht es, genau, die Laufwand, Ok, dann gucken wir mal, setzen wir da mal hier hin. Dann holen wir mal den... Moment, nicht aufgeteilt, den... ...und dann... ...und dann... ...und dann... ...und dann... ...miste mal... ...so, hier noch was wollen... ...ja, ich wollte den Verteiler auch... ...an der heutigen Aufnahme eigentlich nicht bauen, ich muss sie bauen... ...ja, ja, ja, ja... ...die kennt das bestimmt, das brennt ja schon auf der Fangenil, dann denkst du so... ...die kennt das bestimmt, das brennt ja schon auf der Fangenil, dann denkst du so... ...weil aber nicht, weil aber nicht... ...da schlussendlich mal das trotzdem... ...und dann selber so eine Sache, wo ich dann halt so so... ...komm, ich hab's gebaut... ...dann war das... ...dann ähm... ...olamoni Blackstar... ...olamoni Blackstar... ...ja, denn Blackstar hat ähm... ...so eine Chicken Farm gebaut... ...ähm... ...ich lass sie nicht ganz fertig... ...ähm... ...sie gespannt, wen die gibt... ...wohin tatsächlich dann Chickens... ...ähm... ...du... ...dann äh... ...dran mischt... ...ähm... ...ähm... ...dann äh... ...wo sie dann... ...eben da drauf deformation... ...und dann dementsprechend... ...hen nur... ...ähm... ...okay... Nein, wo Chickens haben eben dann irgendwie selber ausgebrühtet gehen und dann irgendwie dann direkt gemacht, irgendwie selbst an dem Genre. Ja, sind tatsächlich gespannt, wann die fertig wird, wie die ausgesagt. Wie cool oder nicht cool das ist. Nämlich wie so mal die Glocke, wo dann immer Remnese automatisch ranzieht und so weiter und so weiter und so weiter. Es sind so ähnlich da mega gehypt, wann das Ding cool soll gehen. Kein ich mal so gefühlt, dass es ähnliches bei mir zu bauen. Ja, nicht, dass da nicht kopiert, dass ein Hommage und der Blackster dann klauen. Manchmal bei Minecraft ist es bisschen schwierig, weil ich freue mich schon irgendwie, bis es gemacht wird oder gesehen wird und so weiter und so fort. 1, 2, 3. Ok cool. ok cool ich muss es gucken eventuell für euch haben wir uns ein kleines treppchen zu machen für euch können wir den heute drüben ja können ihn drüben da ist auch noch heute geht's die besuchen wir mal hier rund um dann noch nur noch was ich mache noch die plafung noch mal dann hätten wir unsere verteiler gebaut dann immer wo wir uns hier in der gage und befanden da wissen wir ok das wenn es jetzt etwas schafft dann ist einfach schon dieses hier im betlein und nicht machen das wenn es das wo ein bisschen etwas mischt oder raum oder wie auch immer dafür hätte ich den verteiler nicht direkt mit dem brottingen am verteiler ausschließen das ist eigentlich ganz einfach weil ich hätte wenn ich zum beispiel nur schluss noch cobble stone gerne hätte oder sagen dann hole ich die wenigstens noch steht da ganz einfach du wängst doch heißen da ja noch hallo ich wusste doch dass du noch sind 1 2 3 4 5 6 doch erd wird gut effektiv oder weckte mal da dann geht das schon mal getestet das mal sachen rausschmeißen gehen wir mal ja ob sachen sie schon was sie noch zeitet missflash auch schon wir haben nur schluss sehen die neue aneinander ganz die erde bräuchschöne mei die erde geht heueran gehen meist da noch cool sichern an die ganze spookes geht als röckerschmaß geil ja so nahe mein Luft fängt an da ich schon zu gehen wir haben das noch schnell alles hier dann könnte ich noch alles wird cool also ran dann gucken wir mal klappt das ja klappt gut jo da könnte ich noch ein Bruder cool nice holen wir es noch pur Stangmatt wenn wir da brauchen äh komm ab wir müssen ja noch schlichte Fung nachsetzen dafür brauchen wir Stang gehen wir direkt noch und haus schlafen und dann ja haben wir trotzdem meine kleinen Verteiler noch gebaut und ja ich wollte das eigentlich nicht direkt machen mehr schon nicht gemacht die Kanten mich ja auch sind ungeduldig meistens komm ich haus schlafen dann